hallo leute willkommen zurück zu einer weiteren partie prototype 2 wir werden uns heute mal ein mit new york beschäftigen ich mag den reifen slide powerslide aufheben na gut wir gehen mal so event starten das kollateralschaden fahrten kross das gold sitzen sie leiden um blackboard truppen auf der alde kann ich ja mal starte einfach unter 1 9 ziele 3 stürze ok machen sie in den gesturz und bedrücken sie für ihre mission ok eine wir sind ja schlecht so sprung aus so und jetzt das ist da hinten nochmal ein yay runde 2 freigeschaltet ein paar mehr leute hier 18 ziele warte mal los ja 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 und jetzt sind da hinten noch auch dafür reicht ja schon die ganze aus 26 habe ich jetzt hier irgendwas freigeschaltet nicht wirklich okay das leiden aus dem holgen stellen vor allem Ich hab keine Ahnung was wir da machen müssen, aber... Komm mal her, ich brauch mal einen Soldaten. Ah, wird beobachtet, fuck. Äh... Oh, in einer Box in der Nähe. Ich hab's hier schon gehört, hier geht gerade. Oh, fuck, die wurden entdeckt. So. Wo ist jetzt die Autopox? Irgendwo in die Richtung. Ähm... Why am I in here? Get me out! Ich hab's hier. Ich hab's hier. Oh, man! Ich hab's hier untenldrahmen. Cool. Ich hab's hier unten. Das ist wie ein Mann. Achso, da muss ich jetzt wieder, ich kann mich wieder verwandeln oder reihe ich meinen Dings aus, ne doch nicht, ich kann mich so Jetzt muss ich wieder irgendwas Red Crown, this is Straightjacket, we're securing the lair now, I'm over Copy Straightjacket, the mission is to capture the healthiest specimen and deliver to Omicron 7 for civilian testing Over Like hell you are So, dann gehen wir wieder ein bisschen Jet-Tech aufmachen, würde ich sagen Dann wird's da hoch Okay, das ist irgendein Bau, das ist die letzte Seite Oh Red Crown, this is Straightjacket, we are under attack by an unknown hostile, over Straightjacket, you are to reestablish control of the site. Over Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, ist er kaputt? Ich gebe ihn jetzt hier rein. So, ist er kaputt? So, ist er kaputt? So, ist er kaputt? Okay. So, ist er kaputt? So, ist er kaputt? So, ist er kaputt? So, ist er kaputt? So, was? Was ist das denn da oben? So, wo ist jetzt der Handskanal da oben? Red Crown, this is Strayjacket. We captured a good quality specimen. Cleaning it up now and we'll get it on the transport ASAP. Over. Copy, Strayjacket. The specimen is loose! The specimen is loose! Where do you think you're going? So, and now we're going to have a Brawler. Check out my way! Oh, a grenade launcher. What? You think I opened that cage just to let you run around? What? You think I opened that cage just to let you run around? Oh, no. Oh, no. Oh, no. This is one less boogeyman. This city's got to worry about. So. Clown for better. This is the bull. Hell yeah. Oh. 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 Oh, yeah. Hier in mir gerade... So, ok, jetzt reicht's. Hm... Oh, ne, hier ist der Ausrämtprobe. So, zu weit. So. Wir haben uns zu klauen verbessert. Red Crown. Our foul is in our sights. Red Crown, please advise. You are clear to engage the target. Over. Oh, aber ja. Was ist das denn hier? Oh, bla 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 bla. Ah, Panzer ist ja auch noch. Panzer und bla bla hoch. Aua. Ja. Oh, wie ist das denn hier? Komm mal her. Was ist das denn? Ja. Das dauert jetzt lange hier. Das dauert jetzt lange hier. Wie ist das denn hier? Dann gehen wir wo... Raketen einfach hier? Oder sowas? Ja. Das dauert jetzt lange hier. Okay, das ist die Gnarrere, glaube ich. Das macht der Panzer. Da kam Rakete geschlossen. Ihr seid so schlau, Jungs. Checkmate, es ist Blitz in T2. Au. So. Blabla, Horkstall. Blablabla. Au, Panzer wäre auch noch. Ach so. Oh, also Pester. Dann zurollen. So. So. Fertig. Fertig. Heller ist aufgestiegen. Level 3. Okay, ähm. Wir erhöhen. Wir erhöhen unsere Bewegung. Okidoki. Ach, schon, eine Blackpax. Ähm. Da oben, ich sehe dich. Da oben, ich sehe dich. Na. Da oben. Radio transmission. 255 days ago. Remain behind the barricades. If you pass the barricades, we will use deadly force. Oh, fuck. Here they come. We warn them. Engage! 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 Okay, ähm. Was machen wir? Ich will da hoch. Boah, Glück gehabt. So, jetzt habe ich mir hier so ein Auto. Okay. Okay. So, Leute. Das hier sind doch sehr eifersgleichige Metzel hier, Leute. Ich wünsche euch einen, äh, recht angenehmen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, bei Let's Play Prototype 2. Nee! Am Mike! Woa, 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 woa. Ich hätte diegebenen, was er. Am Mike! Vielen Dank.